Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge über die Mitochondren. Mein besonderer Gast ist wieder Frau Prof. Dr. König, die Mitochondren-Expertin hier in Europa. Und eine ganz wesentliche Frage ist eigentlich, ist viel ATP gut und wie wird das ATP überhaupt produziert und welche Aussage habe ich überhaupt, wenn ich nur die ATP-Leistung bestimme? Laufe ich da möglicherweise nicht in eine Sackgasse? Seien Sie gespannt, gleich geht's los. Zellen haben entsprechend ihres Energiebedarfs unterschiedlich viele Mitochondren, die dazu beitragen, diese Energie zeitgerecht bereitzustellen. Eizellen haben über 100.000 pro Zelle. Die Immunzellen, die wir aus einer Blutprobe messen, haben so ungefähr 200-300 pro Zelle. Wenn ich jetzt so eine Blutprobe bei Ihnen einsende und der Patient saß vor mir und hat gesagt, also ich fühle mich irgendwie, ich weiß auch nicht, früher hatte ich irgendwie mehr Power. Was wäre dann so ein Parameter, der uns Auskunft gibt? Gut, wie Sie schon erwähnt haben, haben die Zellen natürlich sehr unterschiedliche Anteile an Mitochondren, das richtet sich ein bisschen nach ihrem Energiebedarf. Herz- und Muskelzellen haben sehr viele, Nordnervenzellen, Muskelzellen, Eizellen, richtig, Spermien auch. Wir untersuchen das Blut, aber das reflektiert wieder, wie in welchem Zustand die Mitochondren sind. Mit was sind so Basisprofile oder Basisparameter, die man machen kann? Ist sicherlich in aller Munde, wie viel Energie macht überhaupt meine Zelle? ATP, unsere Energiewährung. Das kann, das wissen wir, in verschiedenen Wegen produziert werden, über die Mitochondren, aber auch über nicht-Mitochondrenale Wege oder über einen Reserveweg. Wir sehen ganz klar am ATP erstmal, wie viel macht die Zelle. Die Zelle macht immer nur so viel, wie sie braucht. Macht sie zu wenig, klar, das ist schlecht, weil sie dann zu wenig Energie hat. Macht sie aber auch zu viel, dann fragt man sich, warum macht sie denn so viel? Mein Gott, ist sie vielleicht entzündet, hat irgendwie ein Problem, auch das ist schlecht. Also man muss so sehen, wo ist der normale Weg. Also würde ich sehen, wenn ich so einen Vergleich zwischen viel und wenig ATP habe, ob im Körper etwas schief läuft, ob der Körper, ob das Mitochondren einen Mehrbedarf an Energie hat, weil ich nach anderen Gründen suchen muss? Genau, Sie schauen erstmal nach, wie ist der ATP-Grundbedarf da. Wie gesagt, die Zellen machen nur das an ATP, was sie brauchen. Ist er zu niedrig, klar, da wissen Sie, da stimmt irgendwas schon an den Mitochondren sicherlich nicht. Ist er zu viel, wissen Sie, es ist eher an der Umgebung. Also da wird viel Energie abgezogen, was letztendlich dann auch irgendwann mal in eine Ermüdung der Mitochondren führen kann. Nun ist es ja manchmal so, vieler Hände schnelles Ende, muss man das in Beziehung setzen zu der Anzahl der Mitarbeiter? Ja, wenn Sie jetzt sehr wenig ATP oder normale ATP auch haben, dann ist die nächste Frage, wie viele, wie Sie sagen, Ihre Mitarbeiter, ich sage jetzt, wie viele Mitochondren sind eigentlich da, um diesen Energiebedarf noch zu bringen? Ja, wenn ich jetzt, Sie sagten vorhin schon richtig, 200 Mitochondren haben wir normalerweise in den Immunzellen, also pro Zelle, wenn die so viel Energie machen, wie es notwendig ist, also wie gebraucht wird, ist das alles in Ordnung? Wir sehen aber häufig, dass fünffach so viele Mitochondren da sind, trotzdem nicht mehr Energie gemacht werden kann. Das heißt, Sie wissen, die Zelle, und die Mitochondren sind ja nicht dumm, Sie produzieren, also machen mehr Mitochondren, damit Sie kompensatorisch überhaupt noch die Energie gewinnen können. Also Sie improvisieren und Sie sind im Improvisationsstoffwechsel und die Frage ist, wie lange geht das noch gut? Das heißt, wir kriegen hier also einen ganz wesentlichen Impuls, der Patient sitzt vor einem, man sieht es noch nicht richtig, die anderen Laborparameter sind alle noch in Ordnung, aber wir sehen da unten im Fundament, da fault uns gerade ein Pfahl weg und demnächst hängt die Hütte schief. Richtig, und wir unterscheiden noch etwas bei dem ATP, bei der Energie, die gewonnen wird, noch etwas ist es wirklich, schaffen die Mitochondren das noch allein, brauchen sie schon die anaerobe Glykolyse, um zu kompensieren, und dann gibt es noch einen dritten Weg, den kennen die wenigsten, das ist sozusagen eine Reserve-ATP-Generierung, die Zelle hat ja, wenn das alles nicht mehr funktioniert, noch andere Wege, so Notfallprogramme, und da sehen wir genau, wo kriegt sie noch die Energie her, also diese drei Parameter setzen in Verbindung, und da haben sie schon sehr, sehr viel Information. Da können die alle, die Blutwerte noch vollkommen in Ordnung sein. Also ist es wichtig, dass man eigentlich dieses Diagnostikum an den Anfang der ganzen Laborkette stellt, um zu schauen, ist es notwendig, diesen ganzen anderen Co-Faktoren-Bereich aufzudecken. Ja, genau, wenn da unten schon alles in Ordnung ist, brauchen sie es nicht mehr zu machen. Ja, das ist natürlich alles nicht ganz einfach, und es macht ein bisschen Mühe, den Patienten das zu verdeutlichen, aber durch dieses Verständnis und dieses Aufzeigen dieser Werte führt das zu einem wirklichen Aha-Erlebnis, zu einer echten Befreiung bei den Patienten, die oftmals hier vor mir sitzen, und keiner glaubt ihnen, wie schlimm es ihnen eigentlich geht, und jetzt kann man tatsächlich zeigen, es ist so, wie ich es fühle, und wir können im Verlauf auch zeigen, dass es besser wird, wenn wir die richtigen Schritte gehen. Eine ganze Reihe von Patienten, die mich aufsuchen, berichten einfach, dass sie zwar willentlich durchaus in der Lage sind, für eine gewisse Zeit eine Leistung zu bringen, so nach dem Modus, show must go on, aber sobald die Tür wirklich zugeht, haben sie eine Regenerationstag, die zum Teil mehrere Tage andauert. Und meine Erfahrung ist eigentlich, dass die eine Mitochiorno-Funktion haben, die dann häufig auch auf aneroge Energiegewinnung umschaltet. Ich habe immer so das Gefühl, dass dann so eine Schutzschaltung reingeht, wie bei meinem Auto, wo alle Zusatzaggregate abgeschaltet werden, um nochmal starten zu können. Das bildet sich ja auch Mitochiorno-Real ab. Wie würden Sie das beschreiben? Ihr Vergleich ist wieder perfekt, so als wenn der Sicherungsschalter rausgeht, um eine Überbelastung des Stromnetzes zu verhindern. Ja, man kann durch seinen Willen durchaus noch die Mitochiorno aktivieren, das geht, die haben Rezeptoren. Dann ist aber das Mitochiorno nicht dumm. Es versucht sich dann, also wenn es zu viel Sauerstoffradikale macht, durch diese ganze Energiegewinnung, die eigentlich nicht reibungslos mehr verlaufen kann, dann merkt es, dass es sich selbst schadet. Und dann schaltet sich das Mitochiorno ab. Es sagt ganz einfach, ich will nicht mehr. Einfach als Schutz. Und dann muss die Aneuroboglykulöse eintreten, aber die schafft nicht viel Energie. Das ist ein Schutzmechanismus. Oder sie geht dann auf Reserve-ATP, was ich gerade erklärt hatte, das sind sozusagen so Notfallprogramme, aber auch die laufen nicht lange. Und dann geht es wieder an Aneuroboglykulöse. Also das ist das, ja, und das muss man diese Symptome ernst nehmen. Nachdem Sie nun die wesentlichen Grundwerte einer mitochondrialen Untersuchung kennengelernt haben, möchten wir Ihnen natürlich auch mal zeigen, was wird eigentlich wo verbrannt. Wir nennen es Brennstoffprofil. Und welche Erkenntnisse können wir daraus gewinnen, was, wann verbrannt wird und wie. Also besteht eine Abhängigkeit oder eine Flexibilität. Und, naja, seien Sie gespannt. Sie werden die Antworten finden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017